Macht der Berührung Hallo, ich bin Louis Breyje, das Kind, das die Welt der Blinden für immer verändert hat. Stellt euch vor, ihr seid blind und könnt dennoch lesen und schreiben. Genau das habe ich möglich gemacht. Geboren im Jahr 1809 in Frankreich, verlor ich im Alter von fünf Jahren meine Sehkraft. Aber ich ließ mich nicht entmutigen. Mit meiner unerschütterlichen Entschlossenheit und Kreativität entwickelte ich die Breyje-Schrift, ein geniales System aus erhabenen Tastbahnpunkten, mit dem Blinde die Welt der Bücher entdecken können. Meine Erfindung ermöglicht es blinden Menschen, durch das Ertasten der Breye-Zeichen mit den Fingerspitzen zu lesen und zu schreiben. Dadurch öffnete ich eine neue Tür zur Bildung, Kommunikation und Freiheit für Menschen mit Sehbehinderungen auf der ganzen Welt. Könnt ihr euch vorstellen, wie es ist, als Kind eine solch bahnbrechende Erfindung zu machen? Ich war nur 16 Jahre alt, als ich mein System veröffentlichte und damit die Grundlage für die Breyje-Schrift schuf. Es ist eine Inspiration für Millionen Menschen, mithilfe der